recht herzlich willkommen zur siebzigsten folge von minecraft spezial ja letztes mal haben einen den baum gepflanzt den nicht aber irgendwann mal setzlinge eingesetzt ob in der zeit irgendwas passiert ist ich glaube nicht da sind noch die setzlinge aber dieses hier haben wir das noch abgebaut was jetzt weg ja das ist auch doof aus so kein sitzling da nicht schlimm so wir müssten an die kiste und weiter treppenstufen machen für das dach ich glaube nicht stopp müssen jetzt breiter machen so er weiß jetzt auch nicht warum das nicht geht ist aber egal was noch mal so er wollte er nicht anders und schick das dann dann haben wir ganz viele davon achte da können wir noch schon wieder einrausbauen vier stufen mehr oder gut okay was das auch zum dach dann ist ein moment und wir sind oben und können hier anbauen gut okay da ist das weg okay da ist das weg und klar dass das passiert ja so dann stufen darauf oder ja so sieht schon gut aus gut so da mal fertig geht es weiter rüber aber hier sind auch noch ein paar dann machen wir da erst weiter das war schon richtig ne dann machen wir da erst zu weil sonst wird die ecke vielleicht nix so geht es auf jeden fall gut dann hier rein gut da muss noch eine etage drauf dann ja dann da wieder hin können wir nachher nicht abbauen oder was das ist aber auch halb so wild jetzt sind ein paar erden steine drunter bleiben oder so und schon wieder 20 stück weg gut machen wir jetzt da zu ende jetzt haben wir glaube dann zwei seiten schon fertig ne stirnseite und diesen seiten bereich seitenflügel oder wie man es nennen häufig so hier geht es dann weiter gut ich weiß gar nicht ob ich das hier so hinschaffen das sieht schon schwierig aus okay wir werden es probieren und sehen ob es geht sieht sogar gut aus na da will er jetzt nicht okay das ist schlecht am laufen da so und das auswählen springen und setzen so sieht es doch ganz gut aus oder sand raus den müssen wir da allerdings erst abbauen obwohl wir dann nachher auch hinkommen werden glaube ne gut weg ist alles da liegt nur einer unten drin den haben wir aber auch gut da wieder hin und da geht es weiter alles gut dann haben wir das stück auch okay dann basteln wir gleich hier auch noch weiter also da muss dann auch noch was hin gut okay und da muss dort was hin oder ist die frage wie weit geht das kann ich das hier irgendwo sehen doch zwei stück auf dieser ebene hier nach außen der ist ja schon ein weiter ja das passt das passt oh kann ich ja noch mehr hm gut ok hier muss dann keiner mehr hin ok die fallen jetzt runter runter gehen ok da ist keiner drunter dann müssen wir erst runter aufsammeln sind alle hier runtergefallen hier komme ich nicht hoch so dann mal ein paar mehr gucken wir was wir da oben hinkriegen ja ich glaube das war falsch jetzt fehlt uns der sand im inventar guck mal da sind es aber noch ein paar mehr ich hätte es gar nicht machen müssen wahrscheinlich gut ok ich glaube wir kriegen das auch so hin ist das hier mit dem fenster so richtig da muss ich erst gucken da fehlt was da muss ich noch mal checken allerdings spielt es erstmal keine rolle für unseren dachbau ja ich muss da auf jeden fall auch noch einen hinsetzen so dann würde ich sagen gucken wir mal dass wir da erstmal hier weitermachen nee hat er wieder falsch gesetzt wird jetzt gekloppt ok 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 Da geht es auch hin. Okay. Gut. Passt schon mal. Oh, wir haben keine mehr. Haben wir nochmal den Inventar? Nein, alle. Alle ist alle. Oh. Ja, gestorben. So ein Shit, ne? Wo wir uns wiederbeleben. Gott im Bett. Okay. Da ist aber doof gelaufen, ne? Da haben wir nicht aufgepasst. So ein Shit. Habe ich alles? Ich glaube, ja. Gut. Das ist schon alles angezogen, ne? Sieht so aus. Aber ich glaube, die verliert man gar nicht. So war das. Gut, okay. Äh... Sieht ja interessant aus, ne? Ähm... Ja. Was machen wir jetzt da hochklettern? Boing, da hängt eigentlich nicht so ganz so viel, oder? Da komme ich schon mal gar nie weiter. Aber ich kann nicht abbauen jetzt, ne? Ja. Aber ich kann nicht abbauen jetzt, ne? Ja, da geht nichts mehr. Ja, da geht nichts mehr. Das geht noch. Da kann ich da auch hochgehen, ne? Schon wieder runtergefallen. Mann, 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 Mann. Nicht aufgepasst. Gut, runter. Den Dreck aufsammeln. Damit wir ihn wieder bauen können. Da geht's hoch zum Turm. Da würde ich dann auch hochkommen. Notfalls, alles klar. Okay, da geht's nicht weiter. Jetzt habe ich schon wieder da runtergefallen. Du glaubst es doch nicht. Heute habe ich die Fallsucht. So, da geht's nicht hoch. Und... Da muss einer hin. Ja. So. So. Da ist er jetzt dran, dann kann das auch weg. Gut. Ach so, okay. Da ist nicht weiter gebaut, ne? Gut. Jetzt habe ich aber glaube auch so viele, dass ich hier erstmal richtig zubauen kann. So, haben wir das. Äh... Dann baue ich hier noch gerade zu. Falsch da. Okay, haben wir. Falsch da. Okay, haben wir. auch. Den setze ich da schon mal hin. Da sind wir soweit fertig. Und so, dann sind wir schon ein gutes Stück weiter mit unserem Kranz hier. Jetzt müssen wir wieder gucken, dass wir Holz kriegen. Ja, und da drunter lag auch einer. Ist hier noch was runtergefallen? Wohl nicht. Hier was? Nein. Da oben ist einer. Da komme ich immer nicht ran. Jetzt habe ich ihn gekriegt. Auch gut. Dann mal hier rum. Den einen hole ich mir jetzt auch noch. Der da liegt. Und alles gut. Jetzt sieht das da so aus. Und da sieht das so aus. Das heißt, da ist was anders. Sind wir hier 5 breit? 5 breit auch, aber es ist da 1 höher geht da wohl. Dann müssen wir da noch was dran machen. Also da muss jeweils ein Stein abgebaut werden, ne? Spitzhocke raus. Ja, hat keinen Sinn. Da müssen wir ein höher. So. So. Haben wir auch. Jetzt sieht das Fenster genauso aus wie das, oder? Die Drehung war zu schnell. Ja, ich glaube schon. Die anderen müssen wir noch bearbeiten. Dürfen wir nicht vergessen. Gut. Aber ich würde dann auch sagen, für die Folge soll es reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Tschüss.